Ich habe überlegt, ob wir heute zuerst Placement-Matches mit Terran und Zerg auch machen, Chad. Was haltet ihr davon? Weil man hat ja für jedes Volk, hat man ja ein eigenes MMR, also Matchmaking-Rating. Also wir könnten so ein bisschen mit allen Völkern spielen. Dann müssen wir nicht direkt immer sofort so richtig krass Try haben. Es gibt nämlich... Oh, warte mal. Gibt es jetzt neue Maps? Ja, neue Season. Neue Maps sind jetzt, glaube ich, da, oder? Aber die haben wir auch schon ein bisschen gespielt. Ich glaube, die Season ist noch nicht angefangen. Okay, genau. Also Protoss haben wir schon ein bisschen. Wir machen jetzt erst mal fünf Matches Terran, würde ich sagen. Und gucken mal, wo wir damit landen. Ihr wisst ja sicherlich, oder die meisten von euch wissen, Protoss ist mein Hauptvolk. Mit dem war ich früher halt ziemlich gut. Terran und Zerg war ich auch, ich glaube, mit beiden Master League zumindest. Habe ich mal eine Zeit lang gespielt, aber nie wirklich gut. Also so richtig, richtig gut. Wir werden jetzt einmal mal probieren, was ich noch mit Terran kann, würde ich sagen. Terran ist auf hohem Niveau auf jeden Fall das schwierigste Volk, würde ich sagen. Sie sind alle schwierig, aber Terran ist halt richtig schwierig, weil man halt so schnell sein muss, konstant. Protoss kann man zeitweise im Match immer ein bisschen gemächlicher spielen. Aber wobei, ist schwer zu sagen. Auf komplett hohem Niveau sind alle drei schwer. Terran muss man sagen, braucht man die höchste Geschwindigkeit irgendwann. Du kannst dir aber auch ein bisschen langsamer spielen, mit einem anderen Stil. Mal sehen. Wir spielen mal Terran, also die Menschen in StarCraft. Gucken wir einfach mal. Ich lasse mal alle Maps offen. Und wir machen einfach mal die Placement-Matches mit Terran, würde ich sagen. Ich werde ganz basic Zeug spielen. Basic Stuff. Also Marines, Marauder, Medivacs. Und einfach ein bisschen expandieren, würde ich sagen. Wir gucken mal. Direkt gegen Protoss. Gegen Protoss ist natürlich für mich relativ leicht, zumindest vom... Weil ich halt weiß, was Protoss machen kann, an welcher Zeit. So, schauen wir mal. Aber ich weiß gar keine Bildorder mehr, oder? Also ich glaube, den ersten, den schicken wir nach vorne. Hier, GLHF. So, der baut das Depot. Das brauche ich hier. Zack. Wir können nicht da bauen. So. Protoss-Stimme ist jetzt komisch für... Kann man das im Game noch umstellen? Options. Ich hätte gerne einen Terran, aber müssen wir nach dem Spiel machen. Versucht mal, mich mit dran zu erinnern. So, und ich glaube... Das geht so auf, dass der direkt Barracks baut. Dann nehmen wir ein Gas. So. Ähm... Dann mache ich die Kamera mal runter, dass ihr die Ressourcen seht. Dann muss ich überlegen. Ähm... Wir wollen ein Reaper-Opening machen. Mit dem wir scouten gehen. So. Theoretisch hätten wir auch mit einem SCV rüberfahren können, um zu scouten. Schon mal. Habe ich jetzt nicht gemacht. Jetzt lohnt es schon nicht mehr. Da kommt eine Probe. Müssen wir direkt verteidigen. Das ist hier unser... Unser Worker ist leider angreifbar. Von außen. Heißt Terran. Solange der baut. So. Dann Orbital Command. Reaper. Wir wollen jetzt direkt expandieren. Äh... Wo ist mein... Da. Expandeln. Dann ein zweiter... Oh, wir hätten den jetzt einsperren können. War echt zu langsam. So. So. Gucken, wo die Probe hin ist. Die würde ich natürlich jetzt gerne catchen. Ist, glaube ich, nach unten abgesch... ...zischt. Aber nicht sicher. Okay, wir fahren rüber. So. Was jetzt? Äh... 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 Factory. Reaktor. Zweites Gas. Mal kurz gucken, was hier so ist. Da ist der Debt. Den Watchtower checken. Ich habe etwas. Ich habe etwas. SCV bereit. Weiter SCVs. Ich würde sagen... Vielleicht direkt eine zweite Barracks. Einmal gucken. Sieht danach aus, als hätte er einfach expandiert. So. Mehr Gas. Wir sollten einen Bunker bauen. Und dringend im Bunker. SCV ready. So. Hier kommen die da rein. Rechtsklick. In the rear with the gear. SCV ready. Das wäre gut. Tech Lab. Fly Depot. Engineering Bay. Einmal scouten. Stalker. Gas. Ohr. Was war das? Ich weiß es nicht. Äh... Ist das ein richtiger Phoenix? Ich glaube nicht. Nee. Stim. Weiter Marina. Wir bauen mal einen... einen Marauder. Weiter SCVs. Erstmal Ressourcen. Primär Ressourcen ausgeben. Ähm... Ressourcen ausgeben. Plus eins Attack. SCV ready. Und Fly Depot. Wichtig ist erstmal wirklich... Ressourcen ausgeben. Alles andere... ist erstmal nicht so wichtig. SCV ready. So. We require more Vespine Gas. Okay. Ready for dust off. You must construct additional... Das Gas vielleicht. Wir haben halt sehr wenig Units jetzt. Müssen wir mal einen Liberator bauen vielleicht. So. Vielleicht mal... Zwei Turrets. Falls MVTs oder... irgendwas noch kommt. Ready. Sourcen ausgeben. Stim ist gleich fertig. Combat Shield als nächstes. So. Dann lass uns mal... We require more Vespine Gas. Dann lass uns mal... ein neues Command Center. Und... Und... Dann versuchen wir mal anzugreifen. Schicken den Liberator gleichzeitig... von hinten rein. Oha. Das sind richtige Fühler. Wie gesagt. Where's the emergency? SCV ready for dust off. Okay. Waitin' on you. Go, go, go. Upgrade complete. You must construct... We have not enough Vespine. Okay. That works. We cannot build there. You gonna give me... Waaah! Waaah! Understood. By the number. Armed and ready. I don't care. I have not enough energy. That's fine. Life flights here. You ready for dust off. Okay. Gameway. Coming through. There are not enough minerals. Our research is complete. kein Problem können wir den mal kurz reparieren oder so Ghost Academy Q brauchen langsam Reparieren 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 Rep C So wir brauchen eine Armory Zweiter Engineering Bay So Adon complete mineral fields depleted This better be good Osa army The enemy is attacking our SCVs Oh ok Somebody get me out of this mess A mineral field has been depleted Macron We have not enough Vespine Oh shit Ich werde komplett zerstört Gas Upgrades We require more Vespine gas More Vespine is required Ah You scared me By the numbers SCV ready Scheiße Of course Baby Would this better be good Äh Ghost Was brauchen wir denn Äh Erstmal das Gas EMP ist auf X We have not enough Vespine Coming through That necessity Tendition Is gone Guck mal ob wir den Watchtower einnehmen können We require a We have depleted a mineral We require more Vespine gas Ready for dust off Does upgrade fit No Ghost Does upgrade fit No Ghost Ghost So So Ready for dust off We have not enough Vespine 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 This This Okay Okay What Ben 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 wait What's You gonna give me your Ben? Big job Yep On Go 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 Ready for dust off Give me this Where Uh oh He sure Upgrade complete Upgrade complete Upgrade complete Upgrade complete Who wants us I would come again Been waiting on Go Solo I will Ghost report Oh It's on Acknowledged Understood This better be good You sure You sure about that? Come again Give me the Sit Right You gonna give Somebody Get me out of this mess You Who wants some? Buy the numbers For What Landing Zone is obstructed Is better be good Oh, yeah Shit Ghost TOELE Tent Ehhhh Clock Gang Gott. nein es war knapp aber jetzt haben die wieder schilde scheiße das ist glaube ich over oder ich bin am fettfingern was ist denn ich habe keine ressourcen mehr meine ghouls sind alle tot warum sind hier reaper scheiße ja 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 das war aber der war gar nicht schlecht oder 4000 mmr also für terren war der für terren war er schon wirklich das war schon also wir hatten fast den ersten kampf gewonnen er hatte also wir hatten ein bisschen zu wenig ich hätte erst die wies direkt mal drauf schicken müssen also der war schon echt jetzt schwierig der war jetzt schon wirklich schwierig für unser erstes dings terren match uiuiui potas sound stimmt wir haben ich möchte lieber ich möchte wenn wir terren spielen kein potas announcer da möchte ich lieber den standard terren announcer und zwar bei collection announcer so da machen wir lieber die ford quip terren so genau ja uiuiuiuiui wikings und tanks ja jetzt kommen jetzt nicht mal überfordern dass erst mal gucken wir müssen erst mal die knöpfe richtig drücken ja erstmal ghost ist das wichtigste oder tanks entweder zwischen ghost oder tanks nicht alles auf einmal das ist so viel nicht alles auf einmal vielleicht ist tanks sogar erst mal einfacher wir gucken mal so ja erstes placement match verloren direkt aber war direkt auch ein ohrgegner das heißt wir müssten jetzt einen niedrigeren bekommen also wir haben nicht verloren weil wir die falschen jungs gebaut haben sondern einfach ein bisschen schlecht gemikrot am ende und auch bonjo mentel mhm also wenn das jetzt wirklich bonjo mentel ist dann wäre es jetzt richtig peinlich wenn ich verlieren würde aber es ist er nicht das ist irgendeiner von euch im miesen schweine da schreibe ich da schreibe ich ne das ist irgend jemand ist ein richtig mieses schwein von euch ich stehe ich richtig unter druck selbst gegen den fake mental zu verlieren ist schlecht okay so also ich konzentriere mich einfach nur auf mein spiel ist mir egal jetzt gegen zerk so der wetter im ist egal was er macht wir spielen aber ganz normal wir versuchen einfach unsere bild oder besser zu machen wir nehmen gas und diesmal geben auch direkt scouten das ist diese map okay das machen wir dagegen nicht überreagieren auf jeden fall das ist nicht gut gegen terren weil es gibt eine ich glaube ich habe in der gsl eine bild oder gesehen da müssen wir aufpassen das können rotos ravager werden alles andere wäre nicht schlimm scouten mal was bei ihm abgeht überlegt auf unser zweites depot hier setzen trotzdem direkten reaper dann das das pool und gas ist all in wir wollen wissen ob man roadshorn baut das ist richtig barracks bunker versuch uns mit einem reaktor so ganz ruhig alles entspannt alles entspannt zu los ab aus bis Ah ok, hier haben wir so langsam... Oh! Oh! Oh Gott, habt ihr das gesehen? Ich habe mich selber getötet. Wollen wir jetzt... Scheiße, ich verliere! Direkt ein Hellion bauen müssen. Hä, wieso geht der denn raus? Ey, was soll das denn? Wegen meines Hellions. Weil mein Hellion zu stark ist. Toll! Mann, ich wollte doch gegen Silbergegner erstmal spielen mit Terran. Und jetzt kriegen wir hier ein Plus-MMR für 4000. So, wer ist denn das? Das ist Leon. Ich hasse Leon. Ich hasse Leon richtig doll. Was ein mieser Penner, ey. Das ist echt frech. Das ist wirklich frech. Okay. Zwei Losers streng genommen. Das Problem ist, dadurch, dass... Der hat jetzt auch 4000 MMR, der Account. Leider kriegen wir jetzt wieder einen guten Gegner. Diamant. Okay. Diamant. Okay. Terran ist wirklich schwer. Was war der? Oh, ich habe mir aufgepasst. Kann man das sehen? Terran. Terran in Terran. Okay. Terran. Warte, ich hatte mal eine Build Order. Not enough Minerals. Gas vor Barracks war die. Ich weiß nicht, ob die noch gut ist. SCB ready? What's going on? Habe ich was geschrieben? Ne, noch nicht. Ähm, so. Ich hatte mal eine Build Order. SCB ready. Über Gas vor Barracks. Ein SCB skippen. Bad News. In the rear. SCB ready. Scouten tun wir nicht. Not enough Minerals. Wollen wir das zweite Gas? Was? Ich bin wirklich nicht sicher. Hm. Ich würde sagen ja. SCB ready. Bad News. So, dann können wir den Laden erstmal direkt dicht machen hier. Und dann wollen wir eine schnelle Factory. SCB ready. Bommen in Reaper? Nein. Wir brauchen das Gas. 100 für die Factory. Die Schnelle. SCB ready. Ich habe jetzt leider zu wenig. Das Supply Depot war zu früh. Leider jetzt unser Orbital Command ein bisschen zu spät. Ist aber okay. Okay. This better be good. So, noch Marine. Äh, kommt er hier hoch? Ich glaube ja. Da. Falls er einen Reaper hat, meine ich. So. Wir brauchen einfach Marines. Ich glaube das zweite Gas war zu viel. Wir brauchen einen Hellion. Und einen Starport. Ja. Ich glaube, ich habe die Build-Order sonst immer mit einem Gas gespielt. Wir brauchen jetzt sehr viel Gas. Okay. Das wird gut. Oh. Fast sogar bekommen. Komm. Können wir versuchen zu jagen. Verklickt. Okay. Ein Helm für zwei Reaper. Das ist okay. Äh, wir bauen mal einen Liberator, weil wir so viel Gas haben auch. Versuchen wir unser Glück. Ach du dickes Arsch. Scheiße. Ich bin sicher, dass ich sie nicht mehr erwarten habe. Scheiße. Ready to raise some hell. I'm going in, huh? You gonna been wait? Reporting for action. Need something liberated? This better be good. Bop. I feel you. Ah, I'm waiting. Go ahead. Ready to raise some hell. SCV ready? You want a piece of me, boy? Can't wait. Our SCVs are under attack. Ben, we could use some help here. Nein! Schrauben müssen. Attention! Ready to raise some help. Smoke it! Scheiße! Nein, 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 doch nicht. Das ist das dumme Helgen. Schrauben müssen. He's smoking. Talk to me, boss. Sounds sweet. Liberation is at hand. Armed and ready. Scheiße, that next penalty. He's under attack. Ha! Ready to raise some help. Right on. Daylight's burning. I'm waiting on you. All day long. What's going on? Need something liberated? Talk to me, boss. Ready to raise some help. Are you ready for this? Yes, sir. Standing by. Moving. Light it up! All hands to battle stations. I can't build here. Shit. SCB ready. Shit, 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 shit. Not enough minerals. Not enough minerals. Great job, huh? Jetzt hat er zwei Command Center. Ich hatte gedacht, wir stehen besser da. Ich hab ihn leider in Cyclone bauen lassen. Jetzt haben wir halt zu viele Reapers am Arsch. Mein Starpod ist gestorben. Base is under attack. Oh, nein. Äh. Oh, Gott. Ich hab dich erwartet. Perfekt. SCB ready. Wir rettenen Feuer. Oh, er hat's verkackt. What's going on? We have you on screen. Initiating. Ready to raise some hell. SCB ready. Das ist... Wir sind trotzdem nicht mehr im Spiel. Are you ready for this? Wir sind nicht mehr im Spiel. Bad news. Ah! SCB ready. Hm. Aber wir haben auch viel getötet, aber er hat zwei CCs die ganze Zeit. Wollen wir brauchen Gas. SCB ready. Not enough minerals. Not enough minerals. In the rear. Not enough minerals. SCB ready. Add on. Complete. I'm away. Command Center upgrade. Complete. Not enough minerals. Drei Command Center. Easy. SCB ready. Ja okay, er weiß genau, dass ich im Arsch bin. Okay, wie viele Kommandos hat er denn? 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 81. 81. 82. 83. 83. 97. 85. Die zwei Tango, was soll's? Wann ich mal stimmen? Die zwei Tango, was soll's? 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 Das ist das einzige, wie wir noch gewinnen können. Die zwei Tango, was soll's? Die zwei Tango, was soll's? Ich hab halt auch zu wenig. Ich hab nicht zu wenig... ...Duction... Die zwei Tango, was soll's? Bist du bereit? Wer will die? Picking up or dropping off? What's our target? SCB ready Armed and ready Research complete SCB ready Run! This better be good You want a piece of me, boy? I'll give it my best shot Mineral field depleted Let's have a blast Uh-huh I'm in deep Go, go, go I'm besieged SCB ready I've been waiting on you Who wants some? Command center upgrade complete Somebody get me out of this med Boah SCB ready Seine Army ist nicht gut Aber meine Army ist halt immer zu klein Ich geh mal zu früh rein Soon! Dann kann ich die nie Bekomm ich die in klein seinem Battle-Mech Aber ich glaub so in Massen kann man das sogar machen als Terran Jetzt haben wir so langsam ein Problem Ich krieg nur das Geld nicht rausgekehrt Ich krieg nur das Geld nicht rausgekehrt SCB ready Will do Yo SCB ready Ich hab auch keine Upgrades Go ahead What's going on? What's going on? Ready for dust off Let's have a blast Not enough energy Ready for dust off Command center upgrade complete It's about to get heavy It's about to get heavy Not enough energy Ready for dust off Okay Er hat jetzt halt so ziemlich alles hier langsam Hit KABOOM Armed and rein Insufficient Vespine gas Add on Complete Add on Complete That's an Army South State It's go time Tja So... Fielde Depleted Our SCVs are under attack Best Inqualization System Our SCVs are under attack Our SCVs are under attack This better be good Who wants some? Armed and ready Ready to roll out Gameway, coming through Go ahead You gonna give me... Ba-boom baby This better be good Go 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 You want a piece of me boy? Mineral Fields Depleted Will do Mineral Fields Depleted 10-4 What's up? Let's have a blast You got ready to go? Need something blown up? Give us your best shuttle Buy the chumper, boy Oh, they're already on What's that here? Can't do Ready for dust off Oh, forward to it Really? Don't say I'm in deep Oh, we could use some help here Ready to roll out Ready to roll out Insufficient Vespine Gas I'm in deep I'll give him my best I'll give him my best Don't leave me hanging Mineral... Ready for dust off This better be good Go on Head on me Been waiting on me Mineral Field Depleted I'm in deep Ready for dust off I'm in deep I'm in the world of hurt I want some I'm in deep No, 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 no... Ich bin bereit. Unsere SCVs sind unter Attacken. Gib uns deinen Eintracht! Armiert und bereit. Das besser wäre gut. Ich habe dich aufwarten. Bereit um raus. Gangway, durch. Ja, ja. Ich bin in D. Oh Gott, dieses Schusshaus. Oh shit, oh shit, oh shit. Das war's, kein Geld mehr. Ja, ein langsamer quälender Tod. Das Spiel geht das nur so lange, weil er rumgetrollt hat. Aber jetzt haben wir hier... Oh, nichts mehr zu meinen. Giti. Trotz noch mal ein bisschen üben können mit den Panzern. Hm, achso, ne, falsches Glas. Ah, okay. Also hätten wir holen können. Direkt am Anfang hätten wir das holen können. Da war's sehr knapp. Und wir hätten es jetzt theoretisch auch noch holen können. Hätte ich ein bisschen langsamer gespielt. Und mehr Tanks so ein bisschen verteilen überall. Hätte funktionieren können. Aber... Hat es nicht. Okay. Zwei Placement Matches noch. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Terran ist wirklich schwer. Da muss ich wirklich erstmal mich komplett reinfuchsen, ey. Also mit Terran kann ich wirklich, merke ich, am allerwenigsten. So, nochmal T gegen T. Der hohe APM hat auch auf dem Level nichts zu heißen. Es gibt halt ein paar Sachen, wie man sehr viel spammen kann, ohne was machen zu müssen. Das, äh... Das StarCraft APM ist sowieso nicht so aussagekräftig. SCB ready. Bad News. I can't build here. Zumindest solange du die Leute nicht First Person spielen sehen hast mal. So, Terran gegen Terran. Äh, selbe Build Order, nur besser. War auf jeden Fall ein gutes Training, das Match. Additional Supply Depots required. Auch mit den Tanks gut üben können. Not enough Minerals. Mal sehen, ob wir hier noch einen... Win bekommen. In den Placement Matches. So, ich spiel jetzt mit einem Gas. SCB ready. SCB ready. Also, auf dem Niveau, wo wir jetzt spielen, ist APM wirklich noch nicht wichtig. Also, klar, ein gewisser APM schon, aber... Ähm, es geht erstmal darum, dass du das, was du machst, dass es sinnvoll ist. SCB ready. So. Direkt Marine. Green. Ich glaube, er kommt hier hoch. Was ist passiert? Hier? Huh? Was? Wie das SCB sich einfach nicht bewegt? Hätte er sogar holen können. Affirmative. Command Center Upgrade. So. Mal expandieren. Achso, ich kann ja gar keinen... Starpod bauen ohne Factory vorher. Aber das Command Center war oben. Alien. Ich hätte erst... den Starpod dann das Command Center. Gangway. Coming through. Been waiting on you. Big job, huh? SCB ready. Ready to raise some hell. You want a piece of me, boy? Additional Supply Depots required. Ja, Supply Depot deutlich zu spät gesetzt. Ravix baut nicht. Factory baut noch. Boah, Niveau. Additional Supply Depots required. Additional Supply Depots required. Okay, dann schauen wir mal. Ob wir was erreichen können. Haben jetzt einen Marine weniger als wir hätten haben können. Das ist wie es ist. SCB ready. Das ist Gas jetzt. Additional Supply Depots required. Additional Supply Depots required. SCB ready. Kurz hier warten mit unserem Mini Go. Danach wollen wir Addons haben. Seht oder gefällt mir auch immer schon besser. So. Marines 4. Go. Addons hier. Hier, hier. Das ist ein Bunker. Cyclone leider. Naja, das war kein guter Tausch. Ich hätte lieber, naja, auf den hier warten müssen. Das war nicht gut. Bildorder war gut. Ausführung war schlecht. Problem ist... Kann jetzt auch nicht wirklich hier mit dem... Na, wir können es mal... Zumindest 1, 2 snipen vielleicht. Er ist direkt da. Er ist direkt da. Ok, richtig schlechtes Ordnung für uns. Richtig, richtig. Also jetzt wirklich richtig schlecht. Äh... SCB ready. Die sind grad auch angreifbar. Also er kann uns jetzt... Insufficient Vespin Gas. Insufficient Vespin Gas. Insufficient Vespin Gas. Direkt finishen theoretisch. Insufficient Vespin Gas. Insufficient Vespin Gas. Insufficient Vespin Gas. Abgeprallt. Abgeprallt. Now what? Insufficient Vespin Gas. Insufficient Vespin Gas. Plus 1 Attack. Wir brauchen mehr Gas. Mal 3 Gas vielleicht. Mich direkt übertreiben. Man, ich hab aber auch zu viele... Insufficient Vespin Gas. Äh... zu viele... Ich hab... ich muss... Ich krieg meine Ressourcen nicht runter. Der Barracks. Ich hab schon mal... Engineering Bay schon mal... Gas sammeln. Tanks durchgehend. Tanks durchgehend. Den... Umwandeln. Der dritt schon. Macht grad nen Go. Gucken wir mal... Gucken wir mal... Ob wir den... Fallen kommen. Ich spielte halt schon mit Raven. Ich hab noch nie nen Raven gebaut. Und meiner... Kompletten StarCraft Karriere... Kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist für mich schon super advanced. Als Noob Terran. Und ich scouten... Wo seine Army ist. Alter Macron... Tanks pushen... Ich hab mir eine Ressource nicht ausgegeben. Oh Gott... Das macht ne Menge. Medivix hier... Selber fordert. Sehr überfordert mit meinem Leben gerade. Not gonna lie. 2-3. Seine Upgrades aus. 1-1. Das war jetzt nicht gut für uns. Noch mal ein paar Marina bekommen. Oh, unser Makro stimmt aber nicht. Das ist jetzt blöd und wir die jetzt verlieren. Oh, nicht gesiegt. Schon wieder. Oh Gott. Macron. between degli SCB ready Yes, Sir Add-on complete SCB ready Ready for nothing Insufficient Insufficient SCB ready Mineral field upgrade complete Gameway Coming through Been waiting on you By the numbers Go, go, go I'm in deep Armed and ready Ready to run her Shit Not enough energy Ready to blunder Guns economy verloren 10-4 We could use some help here Insufficient SCB ready Insufficient Vespine gas What's going on? Move it Ready for dust off SCB ready We could use some help here Insufficient Vespine gas Ready for dust off Ready for dust off Let's get into the fight SCB ready Ready Vespine gas Come on Victory Wait Insufficient SCB ready Base is under attack Ready for dust off Who wants some? This better be used Armed and Adam Anyway Coming through Insufficient Vespine gas Been waiting on Transformation system Not enough minerals Mineral field Not enough minerals Not enough energy Not enough energy Not enough energy Mineral field Let's get into the fight Let's get into the fight Let's get into the fight Ready to roll Mineral field This better be good Go ahead Armed and ready Ready for dust off Command center Our SCBs are under attack Mineral field Mineral field Depleted Mineral field Sure thing Oh god Oh god Seine arm Ist öfflich Viel größer Mineral field Depleted Ich wurde Reingelegt Mineral field Depleted Stark Griff Zwei progress Mineral field Not enough minerals Das hätte jetzt nicht sein müssen Da bin ich ganz ehrlich Ich wurde Reingelegt Ist das der neue Streamer Von dem im briefing Gesprochen wurde Das ist jetzt nicht So Gut gelaufen Da bin ich ganz ehrlich Leute Command center Upgrade Das ist jetzt ein Problem Tatsächlich So langsam Das haben wir schon Da hatten wir schon Da war Das war schon mal Nicht so gut Jetzt gerade Nein, nein, nein Ihr dumm Ready to roll out Need something Our SCVs are under attack Base is under attack Can't hold them alone Yes indeed Armed and ready By the numbers boys You want some Our SCVs are under attack Fuck Mineral field Depleted Give us your best shot Let's get into Fighter fright Yeah, right Das waren die ganzen Raven Dickes Ei Das ist ja eine komplette Katastrophe 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 You ready for war Not enough energy Not enough energy Who wants some Upgrade Ready to blunder I'm in deep You're up Ready to go By the numbers boys What's that Transformation system Mineral field Mineral field Depleted My heart Is me I've been waiting on you Armed and ready One star That's Can't hold them alone Base is under attack Ready to roll out Oh Hier ist der Pelpeer. Ready to plunder. Mineral field depleted. Gigi. Gigi. Boah. Warum krieg ich denn nicht mal schlechtere Gegner? Ich dachte, ich mach Placement-Matches. Die haben alle 4.000. Das MMR möchte unbedingt, dass ich 4.000 MMR bekomme. Warum bin ich denn so hoch irgendwie? Okay. 0.4 mit Terran. Das ist heftig. Nee, das ist nicht mal ein Protoss-MMR. Man hat ja immer ein eigenes. Uff. Okay. Das Opening. Die Build Order lief gut. Aber ich hab meine Units einfach gewastet. Und dann war direkt schon ein Problem. Von Anfang an. 0.4. Aber es ist, wie es ist. Es ist halt Terran. Okay, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch und dann erstmal Pause, würde ich sagen. Boah, das ist heftig. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Das ist wirklich auch sehr anstrengend, muss ich sagen. Also sehr anstrengend. Okay. Aber das Letzte machen wir noch. Das Letzte Material machen wir noch. Easy. Das ist heftig. Bisschen, war ein bisschen hektisch, das ist Opening. Und wenn man halt auf dem Niveau ein schlechtes Opening spielt, dann ist es schon mal, also es ist immer kacke. Okay. Nochmal, okay, wir kriegen Free-MM-Air bei ihm. Okay. Terran gegen Terran. Nächste Runde. Okay. 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 Uptrott. SCV ready. I'm going. Yep. Not enough minerals. Alright. Big job, huh? SCV ready. Not enough minerals. Not enough minerals. Alles easy. So weit. So, build oder läuft. Gas first. In the rear with the gear. Dann erst unser Dings. Erics. Dann direkt ins Gas. What's going on? Der macht dann auch das Supply Depot. So, erster Marine läuft hier hin. SCV ready. Dieses Mal versuchen wir die Build-Order noch besser zu spielen. Und auch mit unseren ersten Units besser umzugehen, vor allen Dingen. Noch ein SCV. Und direkt das, das. Dann brauchen wir nicht das. Supply Depot. Zweites Supply Depot können wir echt, das braucht gar nicht so schnell. Jetzt kann man ein bisschen delayen. So, erster Marina. Schicken wir hier hin. Zweiten auch. Supply Depot kommt pünktlich. Gas passt. Erst den Mule schmeißen. Den reinlassen. Das ist Marina. So, dann bauen wir hier direkt. Starport Hellion. Das ist Marine. Das ist SCV. Das ist Supply Depot. Also, um diesmal nicht Supply Block zu sein. Zweites Hellion. Direkt noch ein Supply Depot. SCV ist wieder abgehauen. Und jetzt brauchen wir ein Liberator. Nicht schlimm. War nichts verloren. Er scoutet zwar, aber dafür verliert er beide Reaper. Das ist sehr gut. Und dann Command Center. Und dieses Mal hat er zwei Reaper schon verloren. Das heißt, er investiert und hat nichts davon gehabt. Außer Scouting. Scouting ist jetzt nicht so wichtig gegen Terran gegen Terran. So, das heißt, wir schicken jetzt den Liberator hinten rein. Und schauen, ob wir jetzt Add-ons sind, ob wir da vorne unterwegs sind. Wir warten jetzt auf den Liberator. Daher kommt. Wichtig. Hast du gesagt. Das müsste gut sein. Das hätte besser sein können. Add-on. Complete. On Barracks. bakalım. All hands zu Battle Station. I'm waiting on you. By the number. versuchen die einfach abzutauschen besser sein können schlechter sein können jetzt ist makro wichtiger tank ist gleich da wir sind gerade ohne tank haben wir die hose ein bisschen unten gas haben wir zu spät genommen ist getötet dafür ist ein bisschen besser letzte runde aber noch immer platz nach oben natürlich gas timings waren richtig schlecht diese runde jetzt wollen wir bereits das dritte cc der der die der die 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 ok dann haben wir okay das nicht gelohnt okay sollte ich auch mal ein raven bauen ich weiß nicht ich baue die mama ein viking ein paar wikings wir wollen einen push spielen gleich wir haben plus 1 attack vergessen stimme ist durch kommentiert noch andrücken und gut nicht genug noch weniger roh die nicht nicht Ready to blunder. Insufficient Vespine Gas. Not enough Minerals. Five blocks. Not enough Minerals. Not enough Minerals. Fight or flight. This better be good. SCB ready. Ready to blunder. SCB ready. Who wants? Not enough Minerals. SCB ready. Let it roll out. Hm. Keine dritte wie's aussieht. Command center upgrade complete. Got no patience. SCB ready. Oh. Go go go. SCB ready. Aber halt keine dritte. So. Research complete. SCB ready. Wir haben eine Erweiterung gerade auch noch. What's going on? SCB ready. Wollen wir bald Barracks adden. Uh huh. Wollen wir uns attacken vielleicht durch? Fight or flight. Yeah. SCB ready. Na. Oh ihr Vollidioten. in der Kamerzone. Uppg haulier launched. Go get it. Du bist bereit für eine Wahl? Ich bin aufregelんでut. Ich mag es. Ich mag es. Du kannst... Not enough Energie. Weim mitccaines. Er hat ein Container aufgebaut. It better be good. Mineral field depleted. Mold. Victory. Ready to blunder. Agreed. Es sollte sein, dass er hier ist. Jetzt auch früher die zweite Faktorie. Jetzt C2 mit ohne Bonny-Web hoch. Weiter schneiden wir die Infrastruktur dieses Mal. So, jetzt noch mal. Hidden Waste scouten. Add-on complete. We could use some help here. I like it. Mineral field depleted. Bad news. SCB ready. Mineral field depleted. Liberator. Mineral field depleted. Mineral field. Flamescale. Er war an der Flames. Er hat die Flames im Base. Schrauben die Flames. Er hat die Flames in den Basen. Er hat die Flames in den Basen. So, wenn wir hier. Mit der Flames. Er hat die Flames. Wir wurden von Pausenapfel geredet. Oh, vielen Dank, Pausenapfel. Danke für den Rate. Grüße gehen raus. Ja, schönes Game. Build Order besser gelaufen. Opening besser gelaufen. Der war aber auch ein bisschen schlechter als die davor. Ich würde sagen, der hätte vielleicht 3500 MMR oder so. Aber ich glaube, wir sind auch einfach besser geworden über die Spiele jetzt. Ein paar Basics saßen besser. Infrastruktur früher aufgebaut. Nicht immer erst, wenn wir zu viele Ressourcen hatten. Und ein bisschen geduldiger gespielt. 3700. Okay. Gut, das heißt, wir landen nach unseren Placement-Matches auf 3952 MMR mit Taren. Das ist Dia 3. Okay. Das heißt, 4000 MMR ist jetzt auch nicht so hoch. Also es ist alles Dia, wo wir gerade spielen. GG auf jeden Fall. Ah, okay. Also Taren macht Spaß. Ist aber auch wirklich, also das, wo ich am allerwenigsten weiß. Cool. Trotzdem war eine schöne Runde. So, dann erstmal eine Pause. Ei, ei, ei. Also StarCraft ist auf jeden Fall sehr anstrengend.